Jo meine Leute, willkommen zu ADAC GT Masters Saison 2022 mit den Predictions vom Rennen 2 von 2 am Nürburgring. Los geht's heute um 13 Uhr live auf Nitro und RTL Plus und ADAC Motorsport.de. Das Rennen gewinnt Albert Gustavar Bauer mit Jake Aitken. Herzlichen Glückwunsch. Dahinter Arthur Ruggier mit Frank Pereira. Dann auf 3 Aja-Chan Güven und Christian Engelhardt. Dahinter auf 4 Ben Grütten und äh Ben Green und Niklas Kutten. Dann kommt auf 5 ins Ziel Christopher Hase mit Salman Ovega. Dahinter Florian Spengler und Markus Winkelhock. Dann auf 7 Dennis Marshall mit Kimmel-Louis Schramm. Dann auf 8 Daniel Ruggier mit Jan Marshall Kowski. Und 19. wird Yusuf Ovega mit Riccardo Feller und Jesse Krono mit Niki Karlsberg. So, das war's vom ADAC GT Masters mit dem Rennen 2 von 2 vom Nürburgring mit den Predictions. So, lassen, leichter lassen, aber da guter ist. Ciao.